Musik Moin moin Leute, herzlich willkommen bei Rocket League Ich bin's Jonny und der gute Spitzer ist mit am Start Moin Und wir machen heute das angeblich letzte Spiel von Von, von, ähm, Spitzer Zumindest heißt es bei ihm auf der Anzeige so, dass er noch eins machen muss Ja, das packt bei mir rum Ich mach zweier Sprünge mit dem Spiel Ich spiel ein Spiel und bekomme zwei dazu gerechnet Und, äh, 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 äh Insofern, ja Werden wir wohl nach dem nächsten Spiel sehen, in welchem Rang er ist Ich bin mal gespannt Ich sag jetzt mal ganz stumpf Gold 2 Ne, Silber, Safe Call Ich hab ganz viele, ganz viele Spiele verloren Ja, das macht ja nichts Nicht? Was? Was war das denn? Lol Was zum Teufel hast du da gemacht? Ich weiß es nicht Ich hab eigentlich, ich hab nicht gedacht, dass der, ich kam auch nicht mehr hin Der bestand ja zu Lol Passt Oh, durchgesetzt So geht das Ah, der kommt gut, warte mal Alter, was ist das mit dir? Hab ich, hab ich, hab ich Hat er Ah, scheiße Ja, schön Gemini-Tor Lol, was ist das mit den Leuten hier los? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Oh, schön, schön Ey, lol Schönes Tor Krass, ey Da haben wir sie gerade richtig schön bedrängt, ey Das war schön Sehr geil Schönes Ding So So, am Ende dieser Folge hab ich mir dann gedacht so Oh, lol Bombentor Geil Nice Am Ende dieser Folge könnt ihr wieder sehen, wie ich, äh Ich glaube, ich habe drei Stück Drei Turbo-Kistenöffner Mal gucken, was dann so passiert Bin ja mal gespannt, vielleicht kriege ich ja irgendein Mystery Endodecal, hätte ich mal gesagt Gibt's ja natürlich nicht Wer weiß, vielleicht kriege ich dieses 20 XX oder so Die sind übelst du wert Ja Sind mittlerweile über 30 Keys wert Oh, was Bin so scheiße Aber ich muss gestehen, Leute Ich hab, ähm, gestern Fast den ganzen Tag damit verbracht Also vorgestern in eurem Fall jetzt Ähm Den ganzen Tag damit verbracht Wirklich Blödes Dreier Einzelstandard zu spielen Und da hab ich irgendwann so die Schnauze voll gehabt Dass ich nur noch Wischi Washi gemacht hab Weil ich hab Leute gehabt, die vom Skill her unter Brunze 1 waren Das heißt, ich konnte Freestyle Oh Gott, oh Gott Ähm, dribbeln Ich konnte machen, was ich wollte Und ich hab sie damit fertig gemacht Und hatte im Durchschnitt so um die 800 bis 1000 Punkte Und das hat sich auch nicht gebessert über, weiß ich nicht, 15, 16 Spiele hinweg Safe, hast du? Ja Ja Okay Den hat er bestimmt Nein, natürlich nicht Ja, das ist so komisch bei den Leuten Der hätte den auch nicht gehabt, wenn ich ihn nicht geschossen hätte Ja, das ist so So, den hab ich aber jetzt Ich glaub, wir geben uns hier ein bisschen zu viel Wert drauf, was die für eine Liga sind Ich glaub, die sind gar nicht so weit Machen die eher so den Eindruck nach Silber 1, Silber 2, wenn er im Hochsfall Ist ja auch so Oh, jawoll Easy Lol Ich hab den einen schön einge... Das war... Der zweite ist an vorbeigejumpt Der hätte ihn eigentlich locker noch gehabt Guck mal, ich hab den schön einge... Ja, guck Das war echt schön Jawoll Schön Guck mal Den hätte er eigentlich safe haben müssen Ja Oh, ich mach das demnächst mal so wie... Wie meinst du standen hat Da hab ich die Leute so dermaßen mit der Angabe verarscht Und... Hätten mich ja jetzt nicht mal gewundert, wenn er den verfehlt hätte, ne? Ja Den hoch ein Oder auch nicht Jetzt kriegt einer auf einmal Was ist denn falsch mit dir? Oh, schön Krieg nicht Passt schon Oh Da war ich zu schnell Einmal nur hoch Ja Lol Wenn mir das da vorbeigefallen hat Dann ist es irgendwie komisch Na gut Du hast nur 112er Ping Na lol Telekom lässt grüßen Oh, schade Oh, schade 228er Ping Ah, schade Ah, schade Ah, der rollt sich zurück Der wird langsamer Okay Na komm, schieß das Ding Schieß das Ding Jawoll Oh, jetzt fickt er da auf einmal durch Ja, ich bin so Ich bin so Bist du rumgammeln hier Und gewonnen GG verdient GG verdient das eigentlich nicht mal Aber egal Warum sind wir so weit weg Lol What the fuck So, ich werde Eigerankt in Silber 1 Läuft Läuft Ja, dein zehntes Game Haben wir gegen Gold, Leute Gold 1 und Gold 1 gewonnen Und du wirst in Silber 1 gerankt Was hast du denn für ein Bullshit Ich meine, ich bin Gold 2 Warum wirst du nicht mindestens Gold gerankt Keine Ahnung Ich war letztes Season Blauer Stern Ja, ich weiß Ich ja auch Ich bin zum Beispiel In Doppel bin ich glaube ich Silber 2 oder Silber 3 gerankt Ähm Wenn ich mir die Raid irre Das krasse ist In Einzelstandard War ich Ähm Das höchste glaube ich Elite Also Nicht Bronze Sei schon Ähm Gold Elite Und ich wurde eingerankt In Bronze 3 Ja Aber das Jump System Vom letzten gibt es nicht mehr Im Rank System, ne Das was? Das ist dieses Jump System Dass man liegen überspringen kann Doch, doch, klar Ist noch okay Na klar Wenn du jetzt Keine Ahnung 15 Games am Stück Die ganze Zeit gewinnst Dann übersprichst du auch LOL Nicht dein Ernst Was zum Fick Ist mit diesen Leuten los? Der eine macht sogar noch Werbung Für so eine scheiß CSGO-Kacke Beide machen sie es LOL What the fuck, Alter CSGO-Werbung Gieß da LOL 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 Ja, wollen wir mal mit dem Springen anfangen, ja Mit dem Rank System Ja, machen wir, ne Ja Alles klar Die gucken sich gerne noch die Tore an Die sie reinkassiert haben Ja, keine Ahnung, was für den los ist Können die nicht fliegen? Ich weiß es nicht Haha Das macht aber den Anschein danach Deministens dieser ist Pass auf, jetzt kommen sie eher Dribble Hast du? Ja, hab ich Oh, der wollte Oh, der wollte Länger Oh, was? Und der macht den hier so rein, Alter Mann Ich hätte ihn fast noch gehabt, ich hätte ihn mal für dich lassen sollen, du hast ihn rausgehauen Nein, ich halte ihn gut Ja, genau Ja, moin Ja, moin Alles klar, wir kriegen hier von solchen auf den Maul, Alter Auf den Maul fallen Auf den Maul Ich bin 1, 2, 2 gesprungen, leider Ja Ist egal Ist egal Ich hab den Ball nicht mal gesehen Heatwave, ne Wir haben uns zweimal reingelackt, jetzt reicht's aber auch, ne Läuft Ja, ich würde sagen, ich bin mal ein bisschen safe mehr, ne Sorry, ich bin zerstört worden, ich musste von hinten wieder anfangen Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Hast du Ja, Alin Genau Loll 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 Loll, ich bin da Hehehe Schönen geblockt und alles Nix konnten sie machen, nix Na Jawoll Das war eine Topfvorlage Oiii Nein Der war ein bisschen low Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Ich spiel'n so komisch, die Typen Ich spiel'n so komisch, die Typen Oh shit Loll Manchmal können die irgendwie gar nix und manchmal hauen sie sich nix Krieger aus Bei denen kann sogar ich noch dribbeln Auf runter, auf runter, auf runter, auf runter Er kommt Schön Zum Beispiel das, was wir jetzt machen, das habe ich die ganze Zeit im Einzelstandard gehabt Ey Krass So, die ganze Zeit nur aufs Schießen konzentrieren müssen, nichts anderes machen müssen Ja, es ist so Dann vorsichtig spielen, ohne Boost zu benutzen, ganz ehrlich Der ist aber jetzt drin, oder? Ne, der geht vorbei Okay Dankeschön 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 Bup, 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 bup Jetzt werde ich angeschrieben auf WhatsApp Ich bin Fame Ach, schade sollte noch ein bisschen weitergehen Okay, schönes Ding Und das Tor ist frei, ich bin nicht am Ball Wie behindert ist das denn? Oh Mann ey Ja, und da kommt so ein Ding, Alter Oh, den hat er schon erwartet, wa? Oh, der kommt so schön, wenn der noch weiter wäre Ja, der ist weiter Ach, schade Ja Ich bin da außen gespielt Ah, ein bisschen zu hoch Oh Mann Das wäre geiles Teamplay geworden Ja Machen wir das so Ah nice Leute das ist kein Rocket League Das ist Ping Pong Irgendwie Meistens verliert man auch wegen solchen Gegner Ja irgendwie schon Aber wir haben es ja jetzt safe gemacht Ja Gewonnen ist gewonnen Das war die zweite Runde Wie versprochen Kommt jetzt Zwei Kisten Ne drei Wie viel auch immer ich habe Zwei Liga 3 Alles klar Zwei Kisten Hab ich Was warum zu handeln Kann dir eine geben Ich bin gerade am Rouletten Ja dein Roulette ist erstmal fertig Oh Oh Plüsch Tachyon Haha Habe ich noch nicht Tachyon Mal gucken was das wird Okay Ganz normale Tachyon Spur Gefällt mir die will ich haben So jetzt könntest du rein theoretisch Willst du eine Kiste in der Spielerwahl oder eine Turbo Kiste Gerne noch beides Ja dann gebe ich dir beides Je nachdem was willst du dafür haben Ich brauche nichts Nix Was hast du denn Ich würde so schwarze Zombas nehmen Der war gut Ja die hätte ich auch gerne So Kiste Turbo Siehst du da kriegt er heute sogar vier Kisten Was will man mehr Außer 50 Kisten oder 100 Kisten Würde ich gerne mal machen Echt Wer weiß was hier noch passiert Mal gucken Was ist das Octane Kralle Cool Ich fahre ja gerade in der Octane Kann ich gleich mal gucken Uh Zertifiziert Sieht sogar gar nicht schlecht aus Schlüssel benutzen Oh ich möchte doch mal so ein So ein Gefärbtes Decal haben Ne Ey die sehen so geil aus Am besten für den Octane Oh Ich krieg den Endo Ja den checkst du mir Läuft Aus meiner Kiste Nö Na sagt man dann so Nö Das war meine Kiste Sehr schön Somit ist meine Mein Wunsch Voll gemacht So jetzt mach ich die Kiste Nach dem Spielerwahl von dir auf Und krieg bitte Weiße Zombereifen Dann sag ich ganz ehrlich Wenn du die ziehst Dann krieg ich den Endo geschenkt Ja auf jeden Fall Dann hol ich mir nämlich 95 Kies dafür oder so Aber nein Es wird Octane ZSR Stamm Ein Aufkleber Schade schade Und den hab ich schon Über angelegt Läuft Den den ihr hier seht So Da ist das erste Ich will ein neues Preset Und das benennen wir Endo Hauen uns rein Den Endo Alter ist ja geil Ey Dann sieht voll nach der Masamuna aus Biomasse dazu Ist irgendwie das einzige Was irgendwie gut aussieht Oh ja Lassen wir das mal so Und da Oh freshes Rot So Reifen Nehmen wir natürlich nur zum Ärgern Die hier Dann nehmen wir Tachion Ich hab Hexen Ich hab Hexen Reicht Und die Schiebermütze Wie immer So Soll ich dir was erzählen Meine Zombereifen Sind mehr wert als Hext Juck mich nicht Passt schon So Leute Wenn es euch gefallen hat Dann lasst wieder einen Daumen nach oben da Haut mir was in den Kommentare Was ihr davon haltet Was ich hier bekommen hab Und dann sehen wir uns hoffentlich In der nächsten Folge wieder Haut da rein Und tschüss Ciao Ciao